Na komm, ich nehme mir jetzt schon drauf. Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal AfoFu. Und wir spielen jetzt das Live Event und wir müssen noch zweieinhalb Minuten warten. Ich denke mal, es wird eh wieder eine Minute früher losgehen, deswegen nehme ich jetzt schon ein bisschen früher auf. Also bevor es losgeht. Nicht wundern, ich nehme gerade auf dem Handy auf und mache halt meinen Stream hier. Deswegen kann es manchmal sein, dass ich so irgendwie runterziehe von oben unten, um zu gucken, ob ich noch aufnehme oder wie viel Akku mein Handy hat. Ja. Es sind zwei Minuten nur noch. Und zack. Oh. Lol. Ich wusste, dass irgendwas da passiert. Irgendwas ist passiert. Der geht kaputt. O. O. Es war die ganze Zeit so. Warte mal, ich lass euch das mal hören. Der Junge macht eine Wummelk. Ja. Das sieht sich auf jeden Fall geil an. Nicht. Ich spring noch mal runter. Kann ich euch zeigen, dass es hier unten runterspringt. Und dann hüftet er da oben. Okay, gleich nur noch eine Minute. Mit irgendwelchen random Mails. Neltex kann ich mitmachen, weil er nicht kann, keine Ahnung. Ja. Was geht in einer Minute los? Ich denke, das wird jetzt schon starten. Nee, starte ich nicht. Oh mein Gott. Dann hört da was. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Ich kann mich nicht bewegen. Yo. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Yo. Wow. In den letzten 40 Sekunden wurden jetzt alle Spieler hier in eine Lobby gemacht. Lol. Das ist safe der Siebepoint, den man da hört. Oh mein Gott. Es geht gleich los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zehn Sekunden nur noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Oh mein Gott. Der Fernseher explodiert. Oh mein Gott. Was ist das? Oh. Ich seh nichts. Alles weiß. Hä? Ich seh nichts. Hä? Ich seh nichts. Trailer. Jawohl. Trailer für neue Season. Okay. Was machen wir? Oh. Ich wusste, dass es ganz viele Tonne hat. Oh. Ganz viel Chrom. Hä? Diese Base wurde glaube ich nicht mal in Game gemacht. Warte. Sind da neue Waffen dabei? Ich glaub nicht. Und ist das Hi und Leif? Wir werden jetzt nur ein Video oder was? Oder kann ich hier auch selbst spielen? Ah, da ist die Cube Königin. Hä? Was für Cube Königin? Komische. Chrome Königin? Keine Ahnung. Blumen Königin. Es bringt nichts sie abzuschießen. Die ist eher unbesiegbar. Ich glaub wirklich, dass sie die abschießen. Ja, okay. Ein bisschen klappt das aber. Yo! Rocket Launcher. Das war so klar. Autsch. Hä? Ja, safe. Jetzt senken die die ab geworden. Ja, das war so klar. Ein riesen Chrom. Venom. Ah, okay. Venom in riesig. Weiblich. Riesiger Venom. Klatsch. Ih. Die verwandelt die alle zu Chrom. Lol. Und heben die ab. Ja, wow. Was sollen die tun? Ja, aber ich will auch spielen können. Hallo. Lol. Alles wird zu Chrom. Die ganze Map. Die ganze Map. Die ganze Map ist Chrom. Jo, das ganze Universum ist zerstört. Lol. Hä? Ja gut. Was soll man jetzt tun? Warum ist da der Death Star? Death Planet. Todesstern. Rechts oben. Das sieht irgendwie komisch aus. Sieht irgendwie komisch aus. Jetzt ist alles schwarz. Sheesh, ich bin im Weltall. Ich kann mich nicht bewegen. Wer ist das denn? Bin das ich? Bin das ich? Bin das ich? Bin das ich? Jetzt bin ich. Das bin doch ich. Ja, ja, das bin ich. Das ist mein Skin. Hallo. Mein Skin sieht man auch so gut hier, muss ich sagen. Hallo, ich will die Kamera bewegen. Jo. Ich kann nicht nur so ein bisschen. Was ist da? Wieder hin. Statusbericht. Loll. Ja, die Weltstrecke. Statusbericht. Ja, was soll man machen? Die Weltstrecke. Ja, okay. Öh. Ja, das ist ja wie in diesem Fake-Foto. Es war halt nicht mehr fake. Wir sind weit weg von zu Hause. Sheesh. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber... Irgendwer hat sowas präsent. Jo. Fortnite ist offline. Ich weiß. Nein! Nicht ich. Ich will nicht. Mano. Zero Point zieht alles ran. Seppertron, wo bist du? Lama, nein! Ich will die Seppertron haben. Und die hat so eine Mini-Welt da, oder was? Das kann ich auch nicht... Burger! Oh mein Gott, der Bildschirm. Ich... 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 Loll! Ich bin im Zero Point. Und... Oh! Oh! Hä? 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 Voll langweilig. Das kann ich mir alles zeigen. LOL! Hallo! Hä? We lost. Hä? Ich will Life-Event spielen. Nicht so Aufgaben machen. Ah, hier sind Sachen. Ich will die einsammeln. Loll! Ah, okay, man muss Energie sammeln. Oh! Veruntergefahren. Leute! Findet und sammeln alle Nullpunkt-Frappente. Okay. Mach ich. Findet und damit alle Nullpunkt-Frappente. Ich will in den Nullpunkt-Frappente. Ich will in den Nullpunkt-Frappente. So ein Ding. Hä? Komm! Zero Point! Hä? Das ist... Also ich will ja nichts sagen, aber das ist mega langweilig. Aber okay. Oh, das ist so ein Fake-Lama, glaube ich. Ne, ein Huhn. Da muss man einen Huhn draufstellen. Äh! Loll! Wo bin ich denn? Okay, ich bin mal runter. Das ist voll langweilig. Äh! Das ist eine Rakete! Von den Sieben. Äh, äh, äh. Ja, weiß er nicht, wie ich hier rauskommen soll. Achso, ich kann mal schon... Achso. Äh. Hä? Ich will das auch nehmen. Äh. 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 Gut. Anzug für die Fusion vorbereiten. Und... Wo sind die denn? Einer von uns muss überleben. Uh. Was? ich kann mich nicht bewegen sieht er jetzt noch mehr plattform dran Oh, nö. Schiech. Wird jetzt da dran gemacht? Oder was? Lol, die Skotten wird aus Chrom. Oh, das ist wieder white. Oh, nö. Was muss ich mal jetzt machen? Nein, der Insel hat die Reise überschnappt. Ah. Hm. Was ist das? Ey, ist gar nichts. Schneebälle. Einsammeln. Lol. Um. Ich hab dem Schild-Break gegeben. Finde passen. Finde die passen in der Kühlbox? Nee, also ich kann wirklich passen. Ich rüfte jetzt ab. Oh. Ich mach alle Aufgaben. Hier muss man einen Schneeball drauflegen. Komm, geht jeder weg? Ja. Da, geh rein. So, und jetzt? Hä? Lol, da ist die Hand von dem Roboter-Ding. Lol. Will der Zero-Point eigentlich auch nochmal irgendwas machen, oder will der jetzt die ganze Zeit nur so komisch aussehen? Da geht's immer weiter. Da geht's immer weiter. Lol. Was springt der mir entgegen? Oh mein Gott. Ist weggegangen. Es passiert wieder was. Ja. Und es geht weiter. Was holen wir jetzt ran? Lol. So Mini-Inseln. Oder? Oh ne, die ist gar nicht so mini. Wir müssen auch drauf achten, sind hier Sachen von Chapter... Das ist von Chapter 2 auf jeden Fall. Das weiß ich. Das weiß ich. Aber sonst glaube ich... Obwohl... Ne, hä? Täter Towers? Uhr? Lol, ein neues Haus. Hä? Lol? Wöffi mit einem Schneeball. Woll. Hier, warte mal. Hä? Ey, das ist ja eben nur so. Ein Schneemann. Jo, ein Ball. Hä? Also ehrlich gesagt, das ist ganz schön langweilig. Also wenn... An die, die das YouTube-Video sehen, scrollt mal am besten ein bisschen vor, bis wieder was passiert. Weil hier ist grad voll langweilig. Da kann ich in den Zero-Point. Oh, ich war einen Millimeter daneben. Nein. Ich hab eigentlich schwingen gedrückt. Okay. Warte mal, mit dem hin kann man doch in den Zero-Point. Hui. Zero-Point. LOL. Äh? Oh, ich hab jetzt einfach ein Fleisch. Hä? Ich hab jetzt ein Inventar. Guck mal, ich hab Fleisch. Weck Fleisch. Oh. Er hat den gleichen Skin wie ich, nur in der Lost-Variante. Muss man weitergehen? Mann. Triggered. Oh, es passiert wieder was. Oh, ich hab... Warum hab ich ein Telefon? Ich hatte einfach ein Telefon in der Hand. LOL. Hä? Hä? LOL? Oh. Passiert wieder was. Was zieht er jetzt ran? Da irgendwas. Ah, da ist er drin. Das nervt, weil gefühlt jetzt 20 Minuten werden nur davon... wird damit verschwendet, dass man hier Sachen einsammeln muss. LOL. Was ist hier oben auf dem Berg? Ah, eine Kugel. Ey, ich kann hier nicht hoch! Epic! Ich kann da... Man kann da nicht hoch. Hrrr. 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 Waaah. LOL. Hey, ich kann voll geil springen, so. Es nervvoll, Mann. Weiter? Ja. Nö. Mann. Der hat einfach einen Schneeball in den 7-Point geworfen. Warte mal, das wird er noch ranziehen? Junge, als ob der das alles noch hier ranzieht. Und das wird dann safe, die neue Fortnite-Karte. Mit diesen allen komischen Sachen zusammengezogen. Ey, wenn das wirklich so wäre... Oder... Junge, da ist sogar ein UFO. Wenn er so wird, dann... Wenn er so wird, dann... Wenn er so wird, dann... Ich bin froh, dann gefühlt nie wieder, weil... Was ist das da oben? Okay. Warte mal gucken. Ich glaube, er wird das da als nächstes ranziehen. Da stehen auch Leute... Da stehen Leute drauf. Warte mal. Da stehen Leute drauf. Das sind diese NPCs. Ghost und Shadow. Die chillen da oben einfach. Leute. Geht doch mal weiter. Da... Da ist nett, weil es passiert wieder. Ja, aber jetzt wird er eh wieder nur sowas ranziehen. Safe. Und... Oder... Retten. 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 Passiert irgendwas. Yo! Oh mein Gott, diesmal zieht er keine Insel ran. Doch, safe. So, dass man wieder fliegt. Ja, es war so klar. Okay, jetzt zieht diese Insel da ran. Und... Yo, jetzt zieht mehrere... Jetzt zieht viel mehrere ran. Aber es ist voll langweilig. Jetzt zieht immer nur Sachen ran. Zero Point. Und... Mehr passiert gefühlt in die... Die müssen live... Oh! Wüste mit einem Wasserfall. Ah, der Wasserfall geht auf mich zu. Und jetzt fällt mir wieder runter. Ja. Das macht irgendwie keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Jo, kein. Oh, warum ist dieses Haus so schräg? Ich mag das nicht, wenn Sachen so schräg sind. Höh! Null! Null! Guck mal, wie es halt alle Sachen da unten noch sind. Die werden gleich alle safe angezogen. Das macht halt so null Bock gefühlt. Das heißt gefühlt, das macht einfach keinen Bock. Und ab in den Zero Point. Und ab in den Zero Point. Ja. Hat sehr gut funktioniert. Boah, wie viel hier noch ist. Das wird dann alles noch ranziehen. Wow, das Live-Event wird der Zug. Ist da ein Reality-Tree oder was? Anscheinend. Oh, es passiert wieder was. Safe, weil da jetzt noch keine Insel ist, wird da jetzt noch was hinkommen. Jo. Ja, es war so klar. Junge. Warte, was passiert? Na, Warno. Die Insel wird reingezogen. Was ist da drauf? Und das wird auch angezogen. Ne, nur das. Ey, es macht null Bock gefühlt. Das Live-Event ist so langweilig. Guck mal, das alles wird wahrscheinlich auch angezogen. Das ist so ultralangweilig. Kamera wackelt. Ich hoffe mal, dass es nicht normal ist. Oder dass es irgendwas mit dem Läuble-Event sogar zu tun hat. Dass hier auch mal irgendwas wieder passiert. Live-Event geht schon 20 Minuten und wir mussten hier nur rumlaufen. Das ist mega langweilig. Ich hoffe, das wird mir jetzt mal gleich auch aufhören. Wehe, der zieht gleich noch mal was ran, ne? Es nervt einfach nur. Es passiert halt auch nichts. Nichts, das irgendwie Fundament oder so kommt. Nichts. Ich meine, irgendwas muss ja am Ende passieren, weil ich will nicht am Ende auf dieser komischen Map-Pack... äh, komischen Map spielen. Aber danach wird es jetzt schon noch 4 sein. Der Reboot-Bus! Geht's weiter, oder... Ach, das hier kommt wieder außen. Was aber weh. Oh, das sah grad noch mal was aus. Das ist einfach nur langweilig. Der Markt ist leider immer ein bisschen noch null. So, und jetzt wird er wieder gleich irgendwas ranziehen. Ich sag, geht's innen. Ja. Wie cool. Spannend. Richtig spannend, muss ich sagen. Nicht. Da zieht er raus. Da ist ein Teddybärkopf aus der Season gerade. So ist Chapter 3. Aber es ist trotzdem langweilig. Und da wird irgendwas anderes sein. Es ist einfach nur langweilig. 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 Ja, ich weiß, ich sage das sehr oft gerade. Aber es ist halt so. Was soll ich so machen? Es ist halt so. Es ist halt einfach langweilig. Tschüss. Yo. Ich will mal in den Kopf und den Teddy da rein gehen. Junge. Fortnite hat ja schon wenig Spaß gemacht. Aber so macht es ja noch weniger Spaß. Wenn man bei einem Live-Event hier einfach nur rumstehen muss. Weil man muss ja nicht mal richtig was machen. Weil das ist ja eh alles automatisch. So. Aber trotzdem. Yo. Ja, okay. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ey, Mann. Das nervt. Ich will. 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 Man denkt jetzt. Oh, jetzt macht er mal was anderes. Ne. Wird er nicht machen. Das wäre ein Wunder, wenn er das nicht machen würde. Und es wäre geil. Weil es gerade einfach keinen Bock macht. Und sind dann wieder dran, das sieht der dann aus. Und. Und. Ja, das war so klar, ey. Das nervt, das nervt. Das nervt. Weil hier nichts passiert. Das passiert gefühlt nichts. Toll. Das wird. Das passiert halt einfach nicht so, was soll ich sagen. Ja, es ist ein Live-Event. Es ist gleich schon zu Ende. Und wir sind hier nur auf der gleichen Insel. Oh, der Bildschirm ist weiß und wo kein Unterwert ist, oder? Dass ja auch nur was passiert, würde so cool sein. Sehr gut, in dieser Realität gibt's Tacos. Ich hätte nicht, dass so viel von der Insel überlebt. Ja, aber ich würde auch mal gerne das Live-Event weiterspielen. Safe wird das wieder in den letzten 10 Minuten nur irgendwas sein. Deswegen man denkt so, boah geil, 40 Minuten Live-Event. Flashback. LOL. Das sind die alten Live-Events. Was? Oh ja. Oh, ich hab den Skin hat ich da wirklich. Ich wüs Rock. Oh ja, ich hab's nochmal machen. Ich will. Ich wüs- nochmal mal machen. Na den Skin hatte ich nicht. Den hat ich, den hatte ich nicht. Den hatte ich nicht. Den hatte ich nicht. Ich glaub den Ravenscan hatte ich wirklich. Geh den. Oh ja. in fünf minuten sind schon nämlich schon die letzten zehn minuten das ist ja einfach komplett langweilig jetzt sollten wir wieder die platte ranziehen so was hat man sich dabei gedacht hat ich mache keinen bock hier irgendwas zu machen was aber nur langweilig ist ja okay es ist einfach nur komplett langweilig die entdeckung kann sich die ganze alle fünf minuten platten ran was anderes macht er mich warum man kann den skin ändern cool lol nee jetzt bin ich ein i.o.gott ja gut jetzt kann ich nicht was anderes haben da wird man dann wieder ich werde mal hier oben roll wenn das mainmate halt wirklich diese komischen sachen sammelt das macht keinen bock ein buschmonster das macht ehrlich so viel spaß dieses live event zu spielen nichts passiert es passiert nichts drei minuten dann wird wieder hier was passieren ich sag's euch und dann hoffe ich mal was passieren wird weil dann sind sie die letzten zehn minuten das mal wieder dann ist es auch nicht so dann ist es auch nicht so oh es passiert was richtig krass dass mal was passiert auch so und jetzt ich will jetzt was hier sehen welche platte zieht er jetzt an und lasst doch mal bitte irgendwas anderes passieren es ist es ist ja immer so ist immer dasselbe ist immer dasselbe ist er wieder in die dritte ran zu gehen es macht doch keinen bock so es macht ehrlich keinen bock so es macht einfach keinen bock ich chill jetzt hier die ganze zeit nur um zu sehen wie komische platten ranfliegen oh mein gott ist es wieder mal was passiert nicht wow eine kleine insel nie hat mir interessiert ich will doch noch irgendwas machen im live event nicht die ganze zeit die öffentliche ich will doch kein sorgf ich 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 es ist es halt aber ich platte dich da jetzt ran jesals ja das ist doch ein witz vorhandene wirklich es ist doch ein witz wenn ihr auch mal was kaltes passieren würde das wäre auch mal cool ich habe so viel von diesem live event erwartet es wird mich so enttäuscht und willst die leife wenn es mit 20 minuten waren viel geiler viel ich glaube schon alles von meinen freunden das ist welche man braucht mehr fragmente es macht wirklich langsam habe ich vor hier einfach zu lieben aber ich will es noch bis zum ende sehen irgendwas müssen und ich glaube trotzdem nicht dass irgendwas passieren wird und das macht keinen bock lol ich weiß nicht wie oft ich das schon gesagt habe aber das einfach dass hier irgend das schottet keine ahnung ich meine letzten vier minuten der letzten minuten wird dann gesagt ja hier ist vorbei also die ganzen ganze metrote umgedreht so fertig ist wenn du den wissenschaftler je wieder siehst sag ihnen dass ich die gefahren der null fusion verstehe unser überleben ist wichtiger als mein überleben okay wird man jetzt wieder passieren oder oder das ist einfach so gesagt irgendwie kommt mir der sieg und heller vor aber die zeit gibt es nicht wissen ab in den zero point mit dir ja komm ab in den zero ach ne hier ist ein zaun ich will nochmal in den zero point rein toll geht einfach nicht ah das heißt wir werden gleich nur noch fünf minuten cool hey leute hallo hoffentlich sehen wir uns auf der anderen seite ja ich auch es war mir eine ehre ok lol was steht mal wieder was null fusion wird initiiert weil man muss da oben hin ach ne es war nur unsere zeitaufgabe oh my god oder oh 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 Na, guck mal, was passiert. Oh mein Gott. Witz, da passiert irgendwas Geiles. Oh, wieder ein Trailer. Gar kein Bock auf den Trailer. LOL, da ist die. Okay. Okay. No. Was ist das für eine Map? Die ist jetzt bei uns. Jo, der Zero Point sieht ja gefühlt die halbe Welt an. Da ist Chapter 1 gewesen. Äh, Hulk? Okay, Hulk Skin wird kommen, okay. Hulk Skin wird auf jeden Fall kommen. Das ist jetzt schon mal 100%ig, dass Hulk Skin kommen wird. Nein, das ist die neue Map. Warte, ist das die Chapter 1? Das sind alle Maps zusammen. LOL, wie geil. Hä? Können wir eine Runde spielen? Bitte. Schwarzes Loch. Was passiert? Junge, wo ist der Timer? Gibt's nicht? Junge, was ist das denn? Es gibt halt nicht mal einen Timer. Ich hoffe, morgen um 12 Uhr oder 16 Uhr wird's wahrscheinlich wieder gehen. Also, wird wahrscheinlich so sein.